Moin moin, mein Name ist Dominik und ich stelle dir meinen Kanal vor. Du liebst Games? Du möchtest bei den Games oder der Hardware immer auf dem neuesten Stand sein? Geschichtskampagne The Journey? Du möchtest mal hinter die Kulissen blicken? Eine Stadt sehen, die du noch nie besucht hast? Oder bei der Gamescom dabei? Denn bist du hier auf dem Kanal genau richtig? Ja, ey, fick den mit der Pistole, du Arschgesicht! Hier findest du eine Reihe von unterschiedlichen Games. FIFA Denn 2 plus 2 sind 40, ne? Battlefield Nächstes James Bond-Light Siehste, Metro Das wollte ich nicht, da ist mir das Messer aus der Hand gerutscht. Und viele, viele mehr. Nein, weißt du, ich weiß haargenau, yo. Das ist die Achterbahn, die einfach geil ist. Vor allem am Samstagabend. Gibt es immer mal wieder ein neues oder altes Spiel in der Saturday Night? Ah! Plätze! Bei Dummy Talked erfährst du alle News im Bereich Gaming und der Hardware. Spielerankündigungen, Updates. Oder ist die neue Envia-Grafikkarte wirklich so gut? Das könnt ihr alles bei Dummy Talked erfahren. Beim Dummy Vlog kannst du dabei sein, wie ich die Welt erkunde. Sei es in London bei der EA Play. In Köln bei der Gamescom oder im Dorf meiner Großeltern. Du bist neugierig geworden? Denn schau doch einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Würde mich freuen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Du bist neugierig. lock. Bis zum nächsten Mal.